Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Schach und wir spielen gegen Oli Brios und er spielt... Äh, wie heißt das denn nochmal? Ähm, Orang-Utan oder so? Und er scheint die Stellung sehr gut zu kennen. Ich nicht. Ich weiß nur nicht, warum die Leute sowas spielen, aber, naja. Kevin wird wahrscheinlich mit... Äh, ne. Er pre-moved einfach, natürlich. Let's trade. Ein bisschen abtauschen. Ach, ne, der geht nicht. Einfach mal nach G6 stellen. Er kann den auch nicht. Das ist mir aber egal. Weil ich jetzt einen guten Springer auf E6 hab. A4, was ist das für ein Zug? Der macht für mich irgendwie keinen Sinn. Da mit D6 ist glaube ich ein bisschen präziser. Ja. 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 Erstmal verhindere ich jetzt Läufer A3. Ja. Und zum anderen entwickle ich mich weiter. Ich glaube, ich spiel Läufer C5, weil wenn er D4 spielt, ist er Läufer auf A3. Ah, okay. Dann später... Ja, wie gesagt, dann spielt er Läufer A3. Dann ist Läufer A5 läuft besser. Jetzt hängt A4 und C3. B7 decken und... Ich stehe schon wieder ein bisschen passiv. Hm. 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 Wenn ich nehme, Dame nimmt... Turm D8, Turm D1... Ich werde einfach so Turm D8 spielen. Sollte okay sein. Ich weiß halt nicht, ob ich den Springer abtauschen will oder nicht. Er muss nur ja nehmen, weil A4 und D3 hängt. Ich kann nicht prämoven. Ich kann nicht prämoven. Ja, sehr. Sieht sehr remieslich aus auf jeden Fall. Ich lass meine Königsbauern erstmal noch da stehen. Man weiß ja nie was man noch machen will damit. Das ist sehr interessant, dass er so spielt. Ich möchte erstmal E4 verhindern. Läufer B6. Sehr drastische Maßnahmen, die er hier vornimmt. Dann lasst uns mal C5 spielen. Wenn er nimmt, Läufer nimmt und nicht B6 spielen kann, stehe ich gut. Ich glaube, er kann den nicht einfach stehen lassen. Durchziehen kann er. A5, Läufer schlicht, Turm B7, zack zack. Vielleicht. Vielleicht kann er durchziehen. Ah, ich habe einen Schach auf D2, ja kann er nicht. A5, C5, Turm C2, F3. Hier muss ich nehmen, kriege ich C5, Turm D2. Achso. Dann muss ich einfach Turm C7 spielen. Turm B5, Läufer D2, König F3, König D7 und König C6. Und dann drohe ich auch Turm E7. Okay, dann hängt der Turm. Läufer E4 kann er nicht spielen. Ich verliere, glaube ich, wieder auf Zeit. Okay. 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 Mike. Ich habe es nicht optimal gespielt. Ich habe es nicht optimal gespielt. Nein, zieh! Oh, was war das denn? Das war ich ja total kaputt. Oh, wow. Okay, dann muss ich mal eben kurz das Brett aufsetzen. Wartet mal eben. Da wären wir wieder. Okay. Unser Gegner hat B4 gespielt. Also in der Leaches Notation steht Polisch. Ich glaube es ist Orang-Utan. Okay, Turm E8 ist noch normal. Ja, hier wusste ich nicht mehr genau. Läufer G4 sieht natürlich nach dem normalsten Zug der Welt aus. Aber... Naja, ich wusste nicht. Ah, deswegen hat er auch die 3 geprimmove, weil das ist der Zug hier. Da haben wir E7, Springer D2. Turm D8. Turm B1, B6. Ah, okay. Ab hier kann man nicht mehr wirklich was nehmen. Also bis hier hin. Da muss man sich halt einen Plan machen. Okay, ich bin Springer E4. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, und jetzt wieder zurückgehen wäre schwachsinnig. Deswegen habe ich dann... Mal was abgetauscht. A3, Läufer A5. Wahrscheinlich war... Ja, Läufer E6 war besser. Oder Läufer F5. Läufer F5 ist noch besser. Ja, hier wahrscheinlich Läufer E2, aber... Ich habe gedacht, wenn ich jetzt meinen Springer auf E6 kriege, ist das gut. Auch wenn ich das Läufer F5 aufgebe. Da haben wir D6, C3. Ach, C5 wäre auch eine Möglichkeit gewesen hier. Das stimmt. Jetzt tauschen wir hier in das Endspiel ab. Oh, E4 gewinnt hier was. Da habe ich was übersehen. Das stimmt natürlich. Ganz simpel sogar. Okay, Springer C5 war ein Plan da. Also hätte ich noch... Anstatt Springer C5... Ich hätte auch F5 spielen können. Ha. Aber F5 ist nicht gut. C5. Aber... Ah, das schwächt irgendwie. Glaub ich jetzt wahrscheinlich... Ach, geht auch nicht. Na, Schwarz steht hier nicht mehr gut, irgendwie. Ich hab... Wahrscheinlich hätte ich hier dann wirklich D4 spielen sollen. Ist ja besser gewesen. Na gut. Dann haben wir halt einen Fehler gemacht. Ich hoffe dabei bleibt es auch außer jetzt in der Zeitnotphase. A5 war irgendwie eine gute Ressource, irgendwie. B6. Ja. Mein Bauernopfer B6 wäre auch nicht schlecht gewesen. Ah, stimmt. Läufer B4 war besser. Hätte ich dann direkt angegriffen und nicht erst über F6. Ab hier habe ich schlecht gespielt. Ja, ich stehe total auf Verlust. Turm D7 habe ich gesehen, aber hat er nicht gemacht. Mit A5 kann ich vielleicht noch was retten, aber so... Ah, ja. Okay. Ja, und hier stehe ich auf Verlust. Also das war eine grauenhafte Partie. Guckt euch ja nichts davon ab. Aber was man hier raus lernen kann ist, dass... Orang-Utan einfach schlecht ist. Weil hätte ich jetzt die Theorie gespielt... Und natürlich, im Blitzen kann man das natürlich... Aber das ist Stellung. Also ich sehe nicht... Weiß hat zwar jetzt zwei Zentrumsbauern, aber... Schwarz sollte eigentlich keine Probleme haben. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat dir gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss!